Hallo Freunde, für eine weitere Map-Vorstellung. Hier ist die Hagenstedt Map. Die ist auch, glaube ich aus dem 15 oder 13, nein, glaube ich aus dem 11er. Nein, 15 oder 13 ist es ja nicht, ist aus dem 11er, denke ich mal. Weil ich habe sie auch ein bisschen mal angeschaut, selber privat und ich denke, sie ist aus dem 11er. Also sie ist die gleiche. Also ich weiß nicht, wenn ihr es genauer wisst oder so, könnt ihr mir auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, aber sie ist, glaube ich, die 11er Map. Ich glaube einer von den Standards-Maps. Ja, aber ich habe gemerkt, langsam kommen die älteren Maps langsam so hinterher. Ja, also die meisten, ja. Also, wir sehen uns an der Endkarte. Wir sehen uns an, wie wir sehen uns an. Wir sehen uns an. Was ist das? 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 Was ist das?